ARD Text im Auftrag von Funk Wir gehen nach Little Portola. FIB-Buddies, äh, wissen Sie, Sie sind wieder im Geschäft? FIB-Buddies? Was Sie? Was Sie? Was Sie? Was Sie? Was Sie? Was Sie? Sie, äh, Sie stellen nicht die Begründnisse in einem Multi-Million Dollar-Mansion in Rockford-Hills. Vielleicht, sie denken, dass das beste ist. In der meisten Begründnisse, Sie stellen nicht 5-figuren Summen in eine bestimmte FIB-Agentin-Bank-Aktur. Natürlich, die Geld wird überwunden und durch ein paar Begründnisse, aber die Straße ist da. Aha, wer wird denn da beschlossen? Ah, da hat der uns also abgekleilt. Ich bin sehr beeindruckt. Interessant. Schau, äh, wir können über das noch mal sprechen. Aber nimm diese Blasen. Mein Gesicht ist gut. Sie sind mit einer Kamera und einem Radio-Relay. Ich werde die Arbeit aus dem Auto fahren, während Sie in der Store bekommen, was wir brauchen. Dann kann man sich geben. Viel besser als dieses komische Einschlaf-Gedugel auf dem anderen Sender da. Oh, wir haben mal eine ganz lässig hier parken. Okay, lass uns das machen. Gib dich zum Jubiläer. Cool, jetzt haben wir so eine stylische Brille auf. Lass mich raten, hier können wir nicht rein. Nee, da müssen wir tatsächlich außen rum. Ja, alles klar, sollst du kriegen, sollst du alles kriegen. Oh, wir haben sogar die Tür aufgemacht. Guten Tag, der Herr. Sir, danke dir. Ja, bleib mal ruhig. Da haben wir doch alles, oder? Good work. Now speak to the assistant and see if there's anything else we need to know. Hey, beautiful. I need to pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap, thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe... 10 grand? Nicht all zu viel, nein. Alright. So, these things built the last, or am I just paying for the evangelical logo here? Oh, no, 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 no. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. Tatt kostet wirklich ein bisschen was. Alright. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around, think about it. Come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, Sir. You got it. Come back to me. Oh, oh, wonderful. Oh, wow. So, are we going to get ready? Almost. I need you to get to the roof of the building. See where the ventilation. Oops, sorry. Oh, please. Drive us around the block. We have to find the way up to the roof. Schau, da, ein paar Konstruktion. Wenn sie den Ort entdecken, kann ich auf den Ruf kommen. So, raussteigen. Sir, sie haben nichts gesehen. Sie haben ihn in den Südwesten, wo immer es Lücherstörer gab und Hitchhiker, um zu erscheinen. Woher haben sie ihn? Sie haben ihn? Nicht so weit wie ich weiß. Dann ist er wahrscheinlich ein John Doe, oder? Was denkst du? OD, Shootout und vielleicht einfach ein Auto-Krash, oder? Aber wir wollen da ja, dann helfen sie sich jetzt mal bald ins Spiel. Sie wussten nur, wie ein schickes Puppet sie auf ihren Händen hatten. Ich bin auf dem Ruf! Ich muss wissen, wo das Luft aus diesen Vincen und Vangelico originiert. Es sollte ein Umgebung vor dem Sturm sein. Was kann man denn hier liegen, ne glaubhause? Trink mal auf dem Kopf her. Ja, ist ja gut, reg dich ab! Da hast du mich. Achso, ja gut, dann nimmst du das. Wie, wo du diese Rohrleitungen herkommen. ist klar können wir jetzt hier noch einen auf hindernis parcours machen so wie was mäßig ich hab schon gar so ein husten reiz sorry 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 ich versuch's ist das hier unser ziel ach bleibt doch mal gechillt kollege hier sind wir aber auch falsch hier müssen wir hoch noch einen höher da ist doch das system oder oder meinst du das ach du scheiße das ist die klimaanlage alter schwede wird das ist natürlich nur aus normal ich habe mich noch gewöhnt aber dass die so eingezeugt ist so gut gefallen ja komm wird er hoch hindernis parcours da ist der arsch drüber ja immer mit der ruhe mein gott alter mann ist kein d zu stresst er hier rum da kann er selber hier hochklettern ach nein ging ja nicht ha 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 so als findet uns hier doch bestimmt irgendeiner wird auch zu einfach so schönen guten tag bauaufsichtsbehörde hier hier take your glasses back let's go back to the garment factory i called ahead and told them to start setting up the information gut nachdem also dieses riesen monster von klimaanlage jetzt mitgepapiert haben so what did you see nothing that will cause undue complications yeah it looked like a simple set up so here comes a lot of this fun this is cool security guard on the door he won't want to dive in rich assholes and rub his nose in it good alarm system is linked to the door lock we'll get a good window someone talented accent anything else well the more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store by the register so i'd start there glass in the cabinets wasn't bulletproof means you can smash them easy enough but stones will be in the safe at night so we go in when it's open then right once we melt down the gold recut the rocks that's an okay score yeah shame we can't go in after hours man those vents look promising i might be able to flip that another way i'm listening wait till we get back about the crew yeah there's this kid who's been helping me maybe we could cut him in i don't work with amateurs that's kind of a true huh that's tall or if he is he's a gifted amateur about to turn a pro he's a good kid lester you know what they say it's your funeral one of them at least haha haha Michael Lomoud is lachend für über so gefällt mir das so gefällt mir das vollgas zurück zur fabrik oh war hier gesperrt wow kollege so dann mach mal bitte ein Planlester dann kommen wir bald wieder mit der crew hier sind die Fotos hier sind die Fotos naja, die Arbeiter haben ihre Verwendungen ok, lass uns das aufsetzen ha 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 schön sehen, dass die Methoden immer verändert oh naja, wir müssen herausfinden, was wir irgendwie machen alle Crews, die Rollen, die Präppwerk wir wollen nicht die Evidenz behind und eine Harddrive also ja, die Methoden nicht ändern also der Lester hat's ja echt drauf da muss man nicht mehr überlassen naja mapping out the options i'm showing you all the angles that's my area of professional expertise making decisions that is your domain, my friend here there's two ways i see of doing this we go in smart or we go in loud and dumb we go in dumb and you'll need your famous way with people and four carbine rifles we can't buy them and risk them getting traced no, no, no we've got to find some in circulation it's awkward it's a real awkward but this is the gun favoured by LSPD tactical teams so one of their vans is probably a good place to look yeah, genau a hacker can disable the cameras the length of time depends on their ability the alarm will be operating on the same window the exit strategy is more or less the same for both options the driver you pick will of course source some bikes you come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Delpero freeway you lose the cops in there and meet a truck in the LS river alright, I want my guy Franklin on the getaway he can handle a bike alright, if you vouch for him, I'll take the risk so how do you want to do this? run into the front door or try to play it smart ah, you've grown wise and cautious in your old age okay select personnel with that in mind as ever the better they are the bigger the cut now the driver they'll source the bikes lead you out through the tunnels I'd like to take a second I'd like to take a second 8% of the car that's a good yeah, great the two guys have to choose oh god no, come, take a second he'll be on the other he'll be on the other he'll be on the other Eddie Toe you can count on him to get you out of a spot guns now we're hoping to keep quiet so this guy shouldn't make much difference ah, Norm came across as a a bit of an idiot but could be useful hacker back office but this is the person who will determine how long you get inside this guy, Ricky I met him at the life invader office he may not be that good but he's enthusiastic Paris good feminine touch she'll be able to find any back doors they got yeah, I'll be in touch if you're happy I'll start making the arrangements ah, come on, we're not sure I'll do some research on the pest control van and the knockout gas and I'll be in touch huh? good good I'll call you when everything's ready you'll need to pitch it to the guys whoa what? my rep don't care for nothing no more you're a deadly uncle the but we're talking about the though the like the 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 sehr schön ach schon wieder nur silber hat ja auch meine zeit limit so alles klar zwei daraus aus der bruch wurde hier kommen wir nach der schädlingsbekämpfung beim juweliere direkt hier weisermachen die hey wassup hey man it's me michael wassupend listen um i gotta get hold of the money for that house we pulled down so i'm getting a crew together for uh you can guess the pay will be awful and the risk will be high but you might learn something if you're interested man that's not exactly a great sales pitch dawg but i guess i gotta start somewhere thank you maybe one day you can put together your your own deals your own jobs so there is still some preparation i gotta do sit tight for a while my buddy lester will get in touch with the details session franklin ist mit dabei so was ich auf jeden fall machen wollte ein bisschen geld für das eine oder andere schieß eisen rauszuhauen 6999 klar haben wir schon das ist ein sturmgewehr mp mp ne bin ich noch nicht so von überzeugt sturm mp ja holl ach das sind die gratis sachen ja klar mal her damit schwarzer farbton grün orange das hat was kaufen k mp k k so hat man dann noch drauf verpacken wo noch k k k schäufer nicht wirklich Ein paar Schuss dafür, Tasche mal voll machen, das ist mein gezintaktisches Licht, kann auch nicht schaden, sehr schön, so, kann man jetzt, jawohl, Lester, bin dabei, die diese Ausrüstung, bis wir Schmuck kaufen gehen können, verbringen den Rest alles, bis mit der Familie, alles klar, und da öffnet sich mal wie auf dem Laptop, ah, wir waren so der Scheiß, so, können wir wieder schließen, yo, komm, wir gönnen uns noch eine kugelsichere Weste, ja, komm, 400 Dollar, das muss reichen, alter, da ist ja mal gar nichts an Panzerung, und dafür 400 Dollar ausgegeben,